Ich weiß, was ich hier eigentlich machen soll. Ich hoffe, der... ...läuft hier nicht noch um, der komische Vogel. Aber ich muss wieder sagen, es ist so typisch, dass ich dem wieder über den Weg gelaufen bin. Ah, scheiße, Mann! Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Weiß ich nicht. Komme ich hier überhaupt wieder raus? War hier oben nicht noch der Walker? Alter, jetzt muss doch... ...alles hier dunkel sein, ne? ... ... ... ... Tja, ich habe keine Ahnung Ich verbrauche auch echt zu viel Strom Was soll ich denn jetzt noch machen, Alter? Mission Weiß nicht Ich drücke jetzt mal irgendwelche Tasten Vielleicht steht hier irgendwo, was ich jetzt so direkt machen soll Ups Hm Tja, ich schätze mal Ich wurde auf jeden Fall schon mal hier in den Keller gezwängt Ich muss ja ganz offensichtlich hier irgendwas machen So, daran war ich Hier war nichts In der Mitte habe ich auch schon irgendwie was bedient War ich hier schon Ja, auch erledigt Oh Gott, ich... Er macht hier nicht meinen auf Aber ich war hier glaube ich noch nicht drin Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt den hier aufmacht Ich war hier auf jeden Fall nicht drin Oh Gott, er ist gleich hier Bitte mach hier nicht auf Bitte mach den hier nicht auf Bitte mach den hier nicht auf Ich bin nicht da Natürlich blöd, dass ich jetzt keine Schutztür mehr habe Die mich vorwarnt Aber ehrlich gesagt Ich habe den Vogel wieder nicht gesehen Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier raus kann Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er hier die ganze Zeit abgammelt Das war immer wieder so klar, Mann Du siehst mich nicht Ich bin versteckt Sehr gut Alter, weh Aber ich glaube, ich muss da nochmal gleich rein Da war irgendwie was Ich mache mir aber auch gerade Sorgen darum Hm? Okay. Ich glaube, er findet mich hier nicht. Der muss mich doch irgendwann mal in Ruhe lassen, Mann. Ich weiß, dass da eine Batterie im Schrank ist. Aber solange der mich jetzt hier nicht in Ruhe lässt... ...kann ich echt nichts machen, Mann. Ich sehe ihn nicht. Aber ich höre, dass der hier echt nah an mir dran ist. Da ist er. Das war so typisch, ne? Ich glaube, jetzt gerade, das ist der beste Moment, kurz zu glotzen. Ja, mehr gibt es hier nicht, ne? Kann ich die Tür hier aufmachen? So, geradeaus. Na, scheiße, ich häng' fest. Ich glaube, der steht eigentlich vor mir. Da war aber gerade wieder eine Batterie und ich hab' sie nicht aufgehoben, Alter. Was mach' ich denn hier eigentlich noch? Hier muss doch irgendwas sein. Ich sollte mal vielleicht auch mal ein bisschen auf die Decken achten, ob ich vielleicht irgendwo durch irgendwelche Schächte muss oder so. Darauf hab' ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht geachtet. Ist er hier drin? Ich bin, ich bin echt gezwungen hier, so rumzulaufen. Schächte gibt's hier auf jeden Fall. Wer ist das denn? Oh, meine Fresse, ey. Oh, Gott. Der Typ ist echt penetrant, Alter. Er ist hier drin. Vor allem, Alter, hier war keine Mietze-Katze. Ich glaub', der hat ganz andere Probleme als ich. Okay, wenn ich jetzt mal kurz überlege... ...wird ganz kurz in die Option gucken. Auf die Steuerung. ...Chemcorder. Mich würde mal ganz kurz interessieren, ob es irgendwie auch eine richtige Quest-Log gibt. Notizen, Dokumente. Notizblock anzeigen, Notizen anzeigen. Ähm. Ich kann jetzt leider nicht sehen. Na, Journal. Kann ich halt hier nur gucken. Aber nicht genau, was ich machen muss. Notizen. Das war das... Ne. Ah, oh. Starte den Generator im Keller neu. Ich hab's nicht gerade gemacht. Kann das sein, dass ich... Ich... Ich hab vielleicht eine Vermutung. Oh Gott, dass ich die ganze Zeit das nicht gesehen hab, ne? Wo war das nochmal? Warte. Ah, hier. Ziehe, Startling. Generator im Keller neu. Und der Keller? Das war doch eigentlich gleich das erste Stück da, wo ich war. Lass mich durch, Mann. Siehste, so geht das. Äh... 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 Fertig. Zurück? Ne. Kann ich jetzt gucken? Äh, 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 äh. Ich soll zum Sicherheitsterminue zurück. Speichert. Hey, ich hab offenbar was richtig gemacht. Die Musik, die find ich nur etwas verstörend. Was sind das für Schritte? Das hier... Ah, ich glaub der Sicherheitstermin... Terminal war das Ding von vorhin. Ich würde trotzdem einmal ganz kurz Ausschau halten nach Batterien Denn die ganze Aktion gerade echt viel kostet Uh, das riecht hier aber Das riecht hier aber nicht so schön Das sieht aus wie das Sicherheitsterminal Ganz ehrlich, bevor ich irgendwas mache, glotze ich erstmal kurz in die anderen Räume, ob da noch Batterien sind Kann ich nicht einsammeln? Kann ich auch nicht einsammeln? Ganz ehrlich, das wird wieder irgendwas triggern Da wird gleich irgendwas passieren Sobald ich da irgendwie am Computer irgendwas rumhantiert habe Na gut Äh Ich bin sorry, mein Sohn Ich wollte nicht, dass ich das mit dir tun tun habe Aber du kannst nicht verlassen Nicht noch Es ist noch so viel, um dich zu gewinnen Boah, der sieht voll eklig aus, Mann Willst du es sehen? Kannst du Ach du Scheiße Der Wörter, der Wörter, die seine Wahrheit in den Unglauben Der einzige Weg aus diesem Ort ist die Wahrheit Akzeptiere das Gospel Und alle Türen werden vor dir öffnen Das war ein Geist oder sowas, ne? Irgendwas Unsichtbares hat die richtig zerrissen, Alter Und dadurch Aber